Ja, von mir wirst du denn auch gestorpt. Achso, okay, wirklich jetzt, achso. Okay, das ist sehr gruselig. Ja, ja, ganz, ganz schlimm. So, mal gucken, was ich hier sonst noch. Achso, das ist sogar auch noch. Haha, das ist ja alles super. Okay, okay, ich möchte die keine Ahnung jetzt. Okay. Na, also ihr seid ja eh noch so schön beschäftigt, ne? Ich gehe ins Kino, schau, äh, zu einer Party oder zu einer Feinstellung. Ich habe es vergessen. Oh, gehe ich nochmal hin? Echt nicht, die glaubt ihr es nicht? Das ist aber echt gemein. Okay, irgendwie. Ja, hier mit den Leuten habe ich jetzt auch keine Lust hier zu sappeln irgendwie. Hier kommen, lass doch hier einfach gleich ein Foto für die Presse hier machen. Hallo, lass mich mal durch. Yeah, hier, komm. Ja, Freundin, komm, du darfst hier mit aufs Bild. Ey, verdeck mich doch einfach. Oh, danke sehr. Ja, achso, wir gehen. Komm. Das ist ja echt doof. Hier sind wirklich viele Leute. Komm, wir setzen uns mal da hin. Über Ausgang, liebe Dates. Ich stehe nicht auf feste Beziehungen, aber immer einigermaßen. Okay. Über Jacht reden. Okay. Über Kurse reden. Einen was? Einen Kurs? Die Zeit hat doch keiner. Ich habe... Hä, du hast bei mir einen Kurs, Billy? Oh je, dann nicht. Bitte. Komm, wir sind eben die Film an. Oh. Wir gucken uns den Boden an. Ach man, das ist ja echt nicht schön, Kim. Wenn echt eine Mutter echt eigentlich nicht glauben will oder so. Das ist doch echt doof. Das ist wirklich nicht schön. Ey, hier guckt euch doch mal unsere Zahlen an hier. Voll Aufrufe. Die hätte ich auch mal eigentlich gern. Nein, okay. Ich bin ja mit dem zufrieden, was ich krieg. Aber du kust mir trotzdem leid. Oh man, jetzt hat er das... Ach doch, jetzt er bearbeitet das Leuchner, oder? Ja. Ja, ja, er ist noch dran. Okay. Dann ist ja alles gut. Wieso ist dein Vater besser? Was macht der denn jetzt noch, hä? Ach so, also... Also, im guten Sinne ist er besser. Was sagt er denn dazu? Hast du mal mit dem denn darüber geredet? Warum ist mein Stream eigentlich schon wieder so schnell? Warum ist mein Stream eigentlich schon wieder so schnell? Ich glaube, ich glaube, das ist ja auch so schnell. Oh, das ist ja echt doof. Das tut mir echt leid, Kim, wenn das so jetzt irgendwie dann auseinander geht irgendwie. Das ist ja auch nicht schön. Wie ist eigentlich im Moment denn eigentlich bei euch der Stream? Weil bei mir steht nämlich, dass es schlecht ist. So, hier, du kannst eigentlich auch mal dann ein Video wieder aufnehmen. Hier, jetzt sind die beiden schon hier aufgelöst. Hallo. Okay, dann ist ja alles gut. Ihr müsst mir das sagen, wenn irgendwas sofort ist, ne? Guck mal, ne? Neck spielt jetzt und jetzt hat er noch nicht mal mehr Zeit hier im Chat, ne? Na, so ist er wieder. Typisch, irgendwo. Immer diese Männer. Ach so, hier, warte mal. Sie kann doch eh, äh, wen hatten wir denn hier als Stimmtier? Den können wir doch hier mal einladen. So, schmeißen wir uns an den Reh ran. Sehr schön. Was? Nicht jetzt? Ein Geschenk geben? Vielleicht, vielleicht erfreut dich das ja. Umarmen, vielleicht erfreut dich das ja auch. Hallo, hallo. Ich möchte dich umarmen. Ich will dich immer noch umarmen. Jetzt komm her. Ja. Ja, er hat ja noch schon gesagt, sodass er manchmal ab, also nicht die ganze Zeit irgendwie mitgucken kann. Das wusste ich ja schon. Hey, wir können doch vielleicht sogar auch noch mal hier gemeinsam aufnehmen. Hier, lass das dir auch noch mal. Ach so, okay. Ja, an den anderen PC weiß ich nicht. Den gehe ich jetzt mal reparieren. Oh, und danach solltest du sie vielleicht essen und schlafen gehen. Oh, es lässt sich nicht da. Danach essen und danach schlafen. Auch wenn ihr Freund da ist, aber hey. Das ist ja nur Nebensache. Ergebnisanzeigen. Okay. Ja, sieht doch ganz gut aus. Okay. Okay, ja, ja. Wenn das wenigstens jetzt diesmal wieder hinhaut, dann gerne. So, zeige ich mir mal deine Ergebnisse. Ja, ja, ne? Also, nix. Alles gut. Ja, GameCode-Programmer ist manchmal, glaube ich, wirklich ein bisschen überfordert. Nein. Was heißt überfordert, aber... Okay, dann tut es mir leid. Dann muss ich leider erstmal hier einen GameCode alleine aufnehmen. Automatisch, dann nenne ich das mal. Leider geil. Was ist, warum denn die? Aber warum? Ja, ich weiß, dass das mal ein Scherz ist, aber warum denn gleich ein Scherz? Kannst du mal bitte weggehen? Ich muss arbeiten. Kannst du mal bitte weggehen? Okay, ich muss arbeiten. Hallo? Hallo? Ach so, jetzt verstehe ich das, glaube ich, auch. Okay, aber lass mich erstmal hier das Video erstellen. Nacharbeitung für Anfänger, okay. Kurs abgeschlossen. Machen die das meistens mal auch irgendwie dann von selbst? Nein. Okay. So, jetzt...